Menschlichkeit ist für mich, Gefühle und Emotionen zeigen zu dürfen, weil das unterscheidet uns von den Maschinen. Dass man das Gegenüber wahrnimmt als Mensch und sieht, was dahinter steht. Dass du einfach gemeinsam miteinander lebst und achtsam bist und freudvoll bist und hilfsbereit bist und einfach gemeinsam miteinander. Die Freiheit bei mir ist, wenn wir ein gutes Team haben, wenn eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung im Haus ist. Die Freude sitzt in mir drinnen und ich versuche es eigentlich jeden Tag ein bisschen zu locken, dass sie nach außen kommt. Es gibt eh nur zwei Sachen, die den Menschen motivieren. Was sie tut, ist Angst und Freude. Und da ist die Entscheidung, was für uns von den zwei, das man nimmt, ist glaube ich relativ einfach für jeden.